Wenn du dich fragst, warum lebe ich eigentlich? Für Arbeit, für Freizeit, für Geld oder Liebe, da lebt jeder für sich. Wenn ich dir dann sag, du lebst für die Menschen, die Loyalen und Treuen, die dich brauchen und lieben und dich unterstützen, ja zu leben lohnt sich. Denn was auch passieren wird, egal wie es mir geht, mein Haus ist geöffnet, egal wo und wie spät. Ich werde immer versuchen, mein Bestes zu geben, für unsere Freundschaft, für unser Leben. Welche Aktionen sind wirklich wichtig? Erfüllen die Menschen und machen sie glücklich. Was ist schöner als faul sein, als Erfolg oder Geld? Stärker als Hass, als dein Videospiel. Denn was auch passieren wird, egal wie es mir geht, mein Haus ist geöffnet, egal wo und wie spät. Ich werde immer versuchen, mein Bestes zu geben, für unsere Freundschaft, für unser Leben. Ich werde immer versuchen, mein Bestes zu geben, für unsere Freundschaft, für unser Leben. Ich werde immer versuchen, mein Bestes zu geben, für unsere Freundschaft, für unsere Freundschaft, für unsere Freundschaft.